So, dann haben wir hier einen wunderschönen Gang, wo aber leider die Dings noch fehlen. Wir haben ja jetzt, warte mal, das muss ich jetzt mal kurz ausprobieren. So und so. Ich glaube aber allerdings, na toll. Ich glaube allerdings, das sieht nicht so cool aus. So, haben wir hier einmal Glas. Aber ich glaube, da schöpfen wir nicht komplett das, logischerweise nicht komplett das Lichtpotenzial aus. Da ist nochmal Kohle. Oh, da ist so viel Kohle. So, tut mir jetzt leid, aber das sammle ich jetzt erstmal nicht ein. So, damit wir jetzt das kriegen, was wir haben. So, wie sieht das denn aus? Hm, geheimnisvoll. Man könnte natürlich jetzt auch komplett Lava dahinter machen. So, Moment mal. Moment mal. So, ich mache jetzt hier überall mal Fackeln hin, weil ich das jetzt alles in einem Abwaschmal mache. So, machen wir hier mal Baustellenstrahler hin. Oh, es sieht aus, als wenn es dunkel ist. Cool. Jetzt sind wir hier gut geschützt drinne. So, machen wir hier mal einen Fertigungsprozess draus und erlinien das mal gleich mit einem Abwasch. So, na toll. Oh. Hallo Schweinchen. Guck, guck das Schweinchen gerade raus. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm her. Was guckst du so? Oh. Das hier ist nie passiert. So. Da haben wir dem Schweinchen also auch verklickert, dass das nie passiert ist. Na toll, das wird schwer. Das wird schwer, das zu vertuschen. So, einmal so. Dann so. Upsala, das wollte ich gar nicht. Hallo? Erde. So. Und dann kömm... Das ist falsch. So. So, wir müssen natürlich das jetzt so bauen, dass das nach draußen nicht zu sehen ist. Hallo? So, jetzt müssen wir natürlich hier auch nochmal... Da war das mysteriöse Schwein schon wieder. Es weiß, was wir vorhaben. Eindeutig. Ja, Rexona weiß auch, was wir vorhaben. Mist. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Aber ich glaube, ich weiß schon, wie viel haben wir denn hier zwischen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann haben wir das dazwischen gebaut. Dann machen wir das jetzt ganz einfach so. Hm. Das ist echt schwer. Vor allem muss ich hier auch überall nochmal Dings rausnehmen. Na toll. So, einmal Fusch am Bau. Hat keiner gesehen. Und dann schnell wieder zu. Da auch noch schnell zu. Ah, ich dachte, jetzt kommt da natürlich mal wieder die Oberfläche. So, jetzt sind wir aber hoffentlich durch. So, hier habe ich jetzt gerade eine coole Idee gehabt. Oder eine gute Idee. Cool, stellt sich erst im Nachhinein raus. So, jetzt müssen wir natürlich mal wieder ein bisschen pfuschen. Na, komm her. So. Bin ich mal gespannt, wenn ich nachher rausgehe, wie das denn aussieht. Wir reißen hier echt komplett alles auf. Wir reißen alles auf, was nicht bei drauf im Baum ist. So. Das ist echt schwer, das so zu bauen, dass es nach draußen hin, dass man da echt nichts sieht. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach so. Wie es mir halt gut passt. Und dann mache ich das von draußen nachher selber. Denn, dass man halt nichts sieht und alles unscheinbar wirkt. Weil von hier drinnen ist das ein bisschen doof. Weil da weiß man dann nicht, wie das mit dem räumlichen Denken so ist. Ähm. Gut, dann machen wir das so. Und machen da Glas drum. Und dann sieht das auch voll toll aus. Und dann mache ich hier hinten auch schon mal die Fackeln dran. Damit das halt auch voll cool aussieht. Huch, ne, so wollte ich das nicht. Nein, Mist, jetzt ist die Fackel darin gefangen. Ne, mit der Hohe kommen wir jetzt nicht weit. So, einmal zu und so. Und so. Das Steinchen, das verschwindet irgendwann. Denn da kommen auch Fackelchen rein. Und zu damit. Denn auch Fackelchen rein und zu damit. Hm. Sieht eher so ein bisschen aus wie so eine gefangene Fackel. Na gut, dann wollen wir hier erstmal alles auf- und zubauen. Oh man, das sieht bestimmt cool aus. Oh. Oh, man ahnt überhaupt nichts. Man sieht überhaupt nicht, dass hier irgendwie ein Tunnel oder so sein soll. Hallo. Du möchtest natürlich dabei sein, ne. So, geht das da jetzt rüber? Genau. Irgendwie gefällt mir das gerade noch nicht, dass hier alles... Egal, das ist jetzt erstmal ein anderer Bauabschnitt. Ich muss mich zusammenreißen und erstmal mich an einer Sache festklammern. Ja, und genau da einen Stein hinbauen, wo die Fackel letztendlich hinkommt. Oh man, oh man, oh man. Unser Verschleiß an Reihensteinen ist echt ein bisschen hoch gerade. Ich muss echt aufpassen. So, ich glaube sogar fast, wir müssen hier auch nochmal einen in die Tiefe gehen, sage ich mal. So. Das wird langsam echt ernst, weil das ist wirklich dolle hoch hier. Aber gut, so ist es wenigstens ausgeschlossen, dass man da mit dem Kopf gegenstößt. Und wenn sich da denn noch wer beschwert, dann komme ich persönlich. Aber so schlecht sieht das gar nicht aus, finde ich. Aber die Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich. So, geh ran da. Und hier muss ich jetzt natürlich auch nochmal komplett einmal rumflügen. So, dann mache ich das hier wenigstens einmal fertig. Jetzt habe ich die Ausrede, ich bin mit der einen Sache jetzt erstmal fertig. Und kann jetzt erstmal verschönern. Och man, ey. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht auch noch eine Diamantschaufel oder so verzaubern können. Aber ich weiß ehrlich gesagt, auch wie bei der Spitzhacke nicht, was es da so für Verzauberungen gibt. Na gut. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht mache ich das auch einfach auf Risiko. So, dann kommen hier die letzten drei und dann müsste hier eigentlich alles an Unreinheiten rausgehaulen sein. Außer natürlich hier. Aber darum kümmern wir uns später erstmal. So, alles schön vertuscht. Und dann sieht das hier auch eigentlich relativ cool aus. Hm. Na ja. Wenn ihr irgendwie Beschwerden habt oder so, dann müsst ihr mal Bescheid sagen. Gut, und hier muss ich jetzt sowieso erstmal komplett... Huch. So, da geht es zum Glück nicht raus. Aber selbst wenn, das wäre jetzt nicht so ein großes Übel, dass ich da nochmal rausgehen müsste und das vertuschen müsste. Weil da muss ich sowieso noch ein bisschen vertuschen. So, das kann ich sowieso gleich nochmal neu machen, weil ich ja jetzt hier die Reihenfolge komplett ändere. So, vielleicht... Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich mache genau hier entgegengesetzt... Dann muss ich das natürlich... Ah, dann ist das gar nicht so umsonst, was ich da bis jetzt gebaut habe. Dann mache ich das hier gegenüber genau auch nochmal runter. Hm. Man könnte es natürlich auch so machen. Ah, dann würde es auch mit da drüben passen. Hm. Bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Ob ich das eine erweitere, die Treppe... Oder ob ich das hier draußen lasse. Also so. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich lasse es draußen, weil dann sieht man so ungefähr immer, wo der Dings ist. Der Weg. Und dann glaube ich, mache ich das hier genauso. Weil dann kann ich das hier mit den Fackeln auch gleich abschließend machen. Aber gut, ich mache jetzt hier erstmal so einen provisorischen Abgang. So, und ich glaube, Cobblestone, der... Ich hoffe, der rödelt da drüben und... Macht nicht wegen Schank und sowas... Wegen Schanky Peanut Butter oder so, macht der da jetzt irgendwie nicht weiter. So, da geht es ein, zwei rein und dann kommt der erste, genau so. Und so in etwa. Ich glaube, ich muss hier mal eine Fackel anbringen. So, ein, zwei. Und zum Glück haben wir hier drüben keine Probleme mit der Oberfläche. Zumindest hoffe ich das. Wenn ja, wäre es echt komisch. So, und dann geht es hier runter. Was ist das für coole Musik? Breeze of Fire, his first good dad, OC Remix. Hört sich ja sehr vielversprechend an. Allein schon wegen dem OC. Tja, wir müssen ausladen. Ah gut, der Cobblestone ist ja jetzt nicht so wichtig erstmal. So, wir gehen mal... So, das ist natürlich doof, weil genau dort die Kiste ist. Boah, hier müssen wir auch noch so... Hilfe, 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 Hilfe. Framerate. Das kannst du mir doch jetzt nicht antun. Egal, ich hoffe, das geht jetzt gleich weg. Momentchen mal. Momentchen mal. Ich bin eigentlich gerade mal bei 40 Minuten Aufnahme. Also theoretisch dürfte sich hier eigentlich niemand beschweren. So, beschwert sich auch keiner. Ist alles gut. So, machen wir mal den Textfeld weg. So, da machen wir hoch. Und dann können wir hier wenigstens schon mal hochgehen. Äh, ja, doof. Ich mach hier schon mal so provisorisch rüber. Äh. Wir haben schon so wenig und ich verquase das so. Hab ich da gerade einen Zombie gehört? Ne, das war wahrscheinlich gerade ich selber gewesen. Warum ist denn da eine Leiter? Ach ja, genau. So ging das. Und einmal her damit. Und einmal her damit. Dankeschön. So. Ach ja, das kann ich, das muss ich ja sowieso erstmal lassen. So. Ich glaube hier müssten wir. Ne, warte mal. War die Kiste jetzt eigentlich hier gewesen? Mit dem ganzen Zeugs? Ne, aber hier war Cobblestone gewesen. Gut, dann lade ich das hier erstmal ein. Und da drüben. Ah, da drüben ist glaube ich auch ohne Ende Cobblestone. Also von der Warte ist es eigentlich egal, wo wir das reinhauen. Dann hauen wir die Erde erstmal hier rein. Was ist denn das? Ach, das ist Schnee. Gut, das hau ich da auch erstmal mit rein. Reinhauen, reinhauen, reinhauen. Möchte ich bei mir selber auch gerne mal machen manchmal. Eisenerz haben wir auch. Cool. So, Glas und so lass ich jetzt erstmal drin. Flint würde ich gerne rauspacken, aber ich hab jetzt sowieso keinen Platz mehr. Also bleibt mir keine andere Wahl. Also in der Kiste hab ich keine andere. Keinen Platz mehr. So, am liebsten würde ich mir ja gerne hier noch so einen Einstieg bauen. Aber ich glaube, wir müssen uns erstmal mit den Einstiegen hier zufriedengeben. Ich hol nochmal Erde. Mit den Einstiegen zufriedengeben, die wir haben, weil sonst ist das so ein bisschen so eine Überflutung. So, ich nehme mir jetzt einfach hier. Ach, ich nehme mir die 36 mit, dann hat sich das. Hupala. Weil ich jetzt hier noch ganz schnell, das mache ich dann gleich zu. In einem Abwasch mache ich das dann gleich zu. So, höchst natürlich aussehen lassen. Hier darf ich natürlich meine nervöse Grobmotorik freien Lauf lassen. So, was ist das hier? Ein Stein? Ich lasse das jetzt einfach mal. So, hau mal ab. Hau mal ab. Nicht stehen bleiben. So, jetzt bleibt da gefälligst. So, haben wir das hier auch zugemacht. Gut, dann gucke ich mal gleich weiter. Unten in unserem Bau. Und ich bin auch ein bisschen am überlegen, ob ich Minecraft... Weil ich bin jetzt erstmal... Minecraft bin ich ja jetzt erstmal... Ist ja eigentlich im Moment das einzige Let's Play, was ich habe, wenn man es so sieht. Außer natürlich Walking Dead, aber da müssten nur noch ein paar Folgen kommen. So, her damit. Her damit. Dann bin ich auch am überlegen, ob ich Minecraft nicht jeden Tag einfach raushol. Hm. Na, ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht genau, ob ich es wirklich mache. Weil das mit denen alle zwei Tagen natürlich der entspanntere Weg ist. Für mich jetzt ja persönlich. Was mir ein bisschen leid tut, dass ich das nicht jeden Tag machen kann, weil einfach nicht genug Zeit da ist. Aber da ich ja jetzt... Da es ja bald so ist, dass ich nur ein Let's Play habe, wäre es natürlich die Überlegung wert. Aber gut, lasst euch da überraschen. So eine große Nachfrage, sag ich mal, hat ja mein Let's Play gar nicht. Also... Von daher. Ah gut, ich will jetzt hier nicht irgendwie rüberkommen, von wegen... Will ja ihr Kinder sehen. So, jetzt muss ich aber hier mal nachgucken. Wie viele Stufen geht es hier runter? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das passt genau. Das heißt, hier müsste... Prinzipiell genau das gleiche bei rauskommen. So, das heißt... Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, zwölf. Ach, ist ja doof. Ich kann mich ja hier nachrichten. Das war doof. Wo wir gerade von geredet haben. Also... Ähm, nochmal, um das gerade zu klären. Ich habe ja gesagt, mein Let's Play hat nicht so eine große Nachfrage. Und, ähm... Von daher brauche ich mich da jetzt nicht bemühen, irgendwie jeden Tag eine Folge rauszuhauen. So war das jetzt natürlich nicht gemeint. Ähm... Ich mache das gerne für die paar, die das gucken. Da freue ich mich echt riesig. Und ich bedanke mich an der Stelle mal an die, die immer schauen. Das sind jetzt nicht, äh, so die Mengen an Zuschauer. Aber ich freue mich natürlich auch über diese kleine Menge. Dass ich da überhaupt welche finden, die meine Let's Plays gerne gucken. Bedanke ich mich mal an der Stelle. Und, äh, das dürft ihr jetzt bitte nicht so verstehen, dass ich irgendwie sage, ja, ich habe nicht viel Zuschauer. Also brauche ich auch nicht mich bemühen, jeden Tag eine Folge rauszubringen. Ich versuche ja, das irgendwie hinzubekommen, dass es möglich ist, jeden Tag eine Folge rauszubekommen. Aber es ist halt zeitmäßig nicht so drin, ne? Also, naja. Werden wir mal sehen, wie wir das hinbekommen. Auf jeden Fall bitte nicht falsch verstehen.